Als wären die Freihandelsverträge, die doch laut Ihnen den Freihandel einfacher machen sollten, eigentlich im Monster aus einem Fantasy-Film. Ziemlich genau so stellt Greenpeace dar. Es gab eine Zeit, da schien die Welt bereit für die Energiewende. Aber verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit sammelten die dunklen Mächte ihre Kräfte. Die Energiewende, die Energy Orks, der Petrol, der Colrog und die Wilden der Wall Street. Gemeinsam schmiedeten sie einen hinterhältigen Plan. Ein Plan, um uns alle Knechten zu finden.